Tesla-Boss Elon Musk tourt seit mehreren Tagen durch Deutschland. Am Donnerstag schaut er auf dem Gelände seiner neuen Giga-Fabrik in Grünheide am Rande von Berlin vorbei. Kurz nach zwölf Uhr mittags stieg Musk aus seiner Limousine, natürlich ein Tesla, und stellte sich den Fragen der Journalisten. Der 49-Jährige zeigte sich gut gelaunt und voller Freude darüber, in Deutschland zu sein. Deutschland riecht. Wir wollen, dass das hier ein toller Aufmerksamkeit ist. Wir wollen, dass es schön wird und zu Grünheide passt. Wir werden coole Autos herstellen. Dafür müssen wir viele Leute anstellen. Ich will, dass die Menschen sich überlegen, ob sie hier arbeiten wollen. Das soll für sie so einfach wie möglich sein. Es wird eine Bahnlinie geben, die aus Berlin kommt und direkt am Eingang enden wird. Vielleicht werden es sogar zwei Bahnhöfe. Das macht es auf jeden Fall einfach, falls jemand in Berlin lebt, aber hier arbeiten möchte. Man kann mit dem Auto oder der Bahn kommen. Die neue Tesla-Firma wird hier in Grünheide in Windeseile aus dem Boden gestampft, aus einem guten Grund, so Musk. Ich glaube an Geschwindigkeit. Aber im Ernst, ich glaube, für das Klima ist es wichtig, dass wir schnell sind. Wir müssen die Umstellung auf nachhaltige Energien beschleunigen. Dazu müssen wir so schnell wie möglich sein. Das ist der Grund für die Eile. Ein nächster Besuch in Grünheide ist auch schon geplant. Dann kommt Musk vielleicht sogar mit zu. Nächstes Mal werde ich ihn vielleicht mitbringen. Ja, wenn ich in ein paar Monaten wiederkomme, bringe ich ihn mit. Schon am Freitag soll auf der Baustelle in Grünheide übrigens richtfest gefeiert werden. Die Produktion von 500.000 Fahrzeugen pro Jahr soll dann im Juli 2021 beginnen.